Musik Heute unboxe ich mal Super Mario 64 DS Ja, habe ich zum Nikolaus bekommen, nicht nur das, sondern auch noch eine Tasse, die sich irgendwie bei Wärme verfärbt Keine Ahnung, wie das funktionieren soll Und noch eine DVD, die DVD will ich auch noch unboxen Ja Aber jetzt ist erstmal Super Mario 64 DS an der Reihe Ja, ursprünglich ist Super Mario 64 für den Nintendo 64 erschienen Es ist schon ein paar Monate alt Ja Und ist vor sehr vielen Jahren auch für den DS rausgekommen Ja Man sieht hier auf dem Cover Luigi, Mario, Yoshi, Mario Alle drei Charaktere sind auch spielbar Das ist neu Ja, einen Superstern sieht man da Ein Stern Man muss da Sterne sammeln, um bis zum Ende zu kommen Ja Hier steht dann nochmal Super Mario 64 DS drauf Ja Hier sieht man so ein paar Szenen Eine neue Welt erwartet dich Erlebe Super Mario 64 auf deinem Nintendo DS mit neuen Charakteren Kursen Spielmodi Spiele als Mario, Yoshi, Luigi und sogar als Mario Jeder von ihnen besitzt andere Fähigkeiten Hole dir 150 Sterne 30 Sterne mehr als in den Klassiker Tritt gegen bis zu drei Freunde im Versus Modus an Und kämpfe um die Sterne Versuche dich an neuen Minispielen Die sich mit der Hand ohne den Touchpens steuern lassen Ja Ich glaube man muss sogar auch mit allen vier Charakteren spielen Um das Spiel durchzuspielen Um auch an alle Stellen zu gelangen Ja Jetzt kommen wir mal zum Inhalt Ja, das ist Werbung Mit diesem Code kann man da so machen Join Nintendo Club Werden sie Mitglied im Club Nintendo Registrieren sie ihr Nintendo Produkt Um Zugang zum Sterne Katalog Zugang zum Sterne Katalog zu erhalten Kann eigentlich in den Müll Ich füge euch auf den Schien Hier ist es noch irgendwie auf Österreichisch Achso, das ist was für einen Nintendo Club Ja Das ist die Karte Ja, Logo Es gibt schlimmere Logos auf den Karten Zum Beispiel mal K7 Ja Sieht okay aus Reicht Ja Das war es dann soweit mit dem Unboxing Video Ja Dann bedanke ich mich für's Zusehen Ich würde mich über ein Like freuen Einen Daumen nach oben Und Dass ihr meinen Kanal abonniert Und ja Bis zum nächsten Unboxing Video Ciao Euer Pascal YouTube Ich würde mich für's Zusehen